Callgamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Nicht genug Zeit. Nice. Ach nö, nicht schon wieder Achinder. So ein ekliges Krabbelvieh. Ich hasse Krabbelviecher. Das für euch schon mal gesagt bestimmt. Fuck, Alter. Ey, wenn das jetzt nicht so schön gespeichert ist, ich schwör's euch. An dieser sinnvollen Stelle sagen wir See you guys, weil die Folge zu Ende ist und sehen das nächste Mal wie wir uns weiterquälen in Darkseiders 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below. Ich hab da noch mal gesagt.